Die Klasse der Motorradtour wird richtig hart angenommen werden. Wir kommen nun zur Gruppe der Copse. Die Klasse der Motorradtour wird richtig hart angenommen werden. Wir kommen nun zur Gruppe der Copse. Die Klasse der Motorradtour ist sehr glücklich. Die Klasse der Motorradtour hat nicht geholfen, aber das Leitreis mit Boden den Achtestürkern Frieden ein. Ungegeben... ... 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 Die Vorderung ist auf der Karte der Karte der Karte. Bei der Nürnberg hat die Nürnberg auch gesagt, dass die Nürnberg auch nicht mehr erfolgt. ...so optimal auf die verschiedene Sprechfläche sein zu stellen. Da kann aber nicht mehr stattfinden. ... 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 Das war's für heute. Und Silvio Schmauch, der junge Mann, konnte dieses Jahr noch zwei Länden in Schweden für sich entscheiden und hat jetzt auch gut gechancen, das Finale hier zu gewinnen, aber dann aber in der Hauptbahnhof zu holen. Das hier ist Heimann. Jetzt wird der Motor noch mal frei geblasen, bevor wir den Meier hochfahren. Die anderen machen jetzt noch einmal frei. Eine 8-7 hat er in der Quali gefahren. Hier in der Stelle ist Silvio Schmaus Grabster. Wir machen weiter in der Gruppe. Und die beiden hier, die haben schon so kommt, eben nach dem Finale geschlagen, die gehören endlich weiter zur Abschlussspitze des Raufsäden, kommt bis 3.0. Robin Sattler und den E. Meierhofer waren nur in der 9.65 für den 2,2 Liter. Und die Frau, vielleicht von Robin Sattler, der noch mal ein bisschen ist. Oh, das ist doch gut! 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 Ich bin gleich der, der in Schweden gewonnen ist. Und diesmal wird der 2. Ich bin gleich der, der in Schweden gewonnen ist, und diesmal wird der 2.